Der Karlsruhe SC präsentiert WildparkTV. Powered by BadenTV. Liebe Amateurvereine, wir haben ja im Technikslager schon fleißig Hütchen umgeschossen. Und jetzt seid ihr dran. Und ihr wisst ja, vier normale Bälle und der fünfte Ball ist euch überlassen. Wir hatten die zwei. Der Karlsruhe SC präsentiert WildparkTV. Powered by BadenTV.